9 8 7 6 5 4 so jo hey leute herzlich willkommen zu einem neuen video auf auf meinem kanal alter und ja was seht ihr heute im hintergrund aber wie mal wieder wie lange kam das nicht mehr auf meinem kanal halleluja ist das bitte anders natürlich mit der imr meiner special waffe am schwitzen ihr seht schon wie scheiße ich gerade bin ich habe no aim in dem game ach das ist auch unter scheiße wisst ihr was leute weil ich gerade hier 0 eben ab wie ja immer ein spaß alter scheiße aber ich ihr habt in die kommentare geschrieben ich soll mal auf empfindlichkeit alles ganz neu gemacht das jetzt mal wie lange ich schon nicht mehr gezahlt haben ich sage jetzt mal auf empfindlichkeit 9 und schau wie das so abgeht also momentan geht es noch viel besser also guter grad auf jeden fall dass ich die empfindlichkeit mal runter stellen soll 32 habe ich wie minderwertig alter ich bekomme es wieder gedrückt leute wie lange muss ich das spiel wieder suchten dass es hier abgeht sonst bin hier ich immer der das ist größte abverteilt dass es auf erden wirklich gibt das habe ich 33 ich will gerade irgendwie die ganze zeit eine scheiß granate raushauen 7 1 mal andere waffen die heim und keine aufsätze gespielt gut was ist hier denn gerade los der war richtig schlecht ich habe meine ganzen diners alle mit so einer hohen empfindlichkeit spiel er spielt und was ist jetzt los jetzt war kein kein exo oh mein gott 7 6 belastend ich finde es wirklich belastend lol halleluja ich brauche wieder die hunderter prez in dem game belastend belastend ey wie spiele ich denn gerade morgen habe ich auch einen anstrengenden tag vor mir hier ihr habt morgen praktikum nice anstrengenden tag morgen vor mir ja drohne hammer jawohl genau ich habe morgen anstrengenden tag vor mir noch zum dritten mal weil praktikum wie schon gesagt alter weiter bei der polizei leute das wird nice oh mein gott bei der polizei praktikum hat sie ja richtig geil alter ohne scheiß da denke wirklich das wird richtig geil mal schauen ob das ein beruf für mich ist wenn ja alter dann trete ich den an schau mal ob der was für mich ist das wäre es natürlich das spiel ist richtig belastend das spiel ist richtig belastend der verarscht mich oder ich ihn ich hasse es alter bombardierung warbird alles oben haben die warbird geht gar nicht klar finde ich er hat nur gewartet als ich auf karte meine fresse also leute wenn ihr auf noch niedrigeren empfindlichkeit spielt schreibt in die kommentare dann probiert es mal aus am besten machen wir da so eine serie draus ich habe es mir so challenges oder sowas in die kommentare das wäre richtig geil da hat die voll bock drauf ja mein gott 18 12 das kann wieder gar nicht bringen alter das aim ist so so bad alter so bad double kill noch einer noch einer hat er die wollen die wollen mich ich weiß dass die drohne leute was ist hier los sie doch noch durch das kann ja wohl nicht sein gnadenlos was macht der teammate eigentlich ist der zu blöd zum kacken oder was gnadenlos tot so scheiße alter jetzt kommen wir wieder ins game rein jetzt sei es wieder kapiert ich habe ihn gehört aber war wieder zu dumm zum scheißen oh mein gott schaut euch an da kann ich nicht schnell genug hinterher ziehen die zielen das nervt mich eben ich dachte den hole ich jetzt ist auch noch das game fast aus der hat es eben der hat auch hier roten clan tag gleich aber ich würde sagen leute weil ich hier jetzt so schön viel gelabert habe lade ich das game einfach hoch es war meine erste runde wieder seit keine ahnung wann zwei drei monaten w wieder also lasst doch einen daumen nach oben da schreibt in die kommentare was ihr von dem job polizei haltet und challenges genau schreibt challenges in die kommentare alter da habe ich voll bock darauf auf so eine serie dann wird das richtig geil und ja demnächst bringe ich noch ein gescheites live commentary würde ich sagen ich werde jetzt hier mal wieder richtig schön in der aw und dann würde ich sagen würde ich sagen daumen nach oben da lassen in die kommentare schreiben was ich gesagt habe und dann sehen wir uns beim nächsten video wieder ciao leute hier